so damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück ja was soll ich sagen unser volk braucht uns ja passt nicht so ganz ja unser land braucht uns dass wir mehr und die region hier und dann doch die bürgerinnen und bürger brauchen uns als deputy ich habe mal wieder den nach dem live stream fiel mir das an dass wir früher bei den ganzen let's place auch immer dass sie so eingeblendet hatten hatten zeitlang und ich habe die maske jetzt wieder aktiviert für das irgendwie so ein bisschen das dazu beiträgt dass wir dass man sich damit identifizieren kann besser und eher feststellt wie so hey der kanal und so ne so die persönliche note und so ist also wir gehen dahin was passt ich da kann mich danach auch dahin gehen jetzt frage ich mich bloß wo ist sie also unsere andere team kameraden so haben wir gar nicht und kann ich noch nicht zuweisen nur vorteilspunkte habe ich auch nicht ja dann kommen auch würde ich sagen ich weiß nicht wenn wir unten dann gehen ich hoffe ihr kommt keine schrotwünsche dabei nämlich die knall wenn wir ganz vorsichtig zu dritt lang latschen hier direkt an meiner seite nein nur so fühle ich mich momentan sicher es ist halt echt durch ich habe hier mal verstecken gespielt und wurde von so einem typ mit kaputze überrascht okay ist es so ist es so okay du musst mich in den plan einweilen hey wir sortieren uns hier gerade noch zurecht alles klar gibt mir deckung kapiert kein problem ich sehe dich zu nicht erledigt scheiße das haben wir ich werde den widerstand nicht enttäuschen das ist echt spooky da oben sind irgendwelche leute Das ist jetzt eigentlich auch egal. Ich würde fast sagen, wir gehen das mal hier links sehen. Ja. Alles gut. Achtung, bin unterwegs. Kultisten, Vorsicht. Da müssen wir halt aufpassen. Fuck, Mann. Ich sehe ein paar Kultisten. Okay, die erwische ich. Okay, ich mache das. Okay, bin unterwegs. Ja, das hoffe ich auch. Gibt es doch nicht. Was hält denn der Bastard aus? Und den habe ich. Okay. Das ist ja schon wieder so ein Bär. Ja, das glaube ich. So, attackieren wir damit. Okay, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, aber... So, komm mit. Ah, nee. Na, kommt schon. Auf dem Weg. Okay, ich mach's schnell. Na, kommt. Vielleicht sollte ich besser was anderes machen. Hey, Leute, das kannst du nicht sein. Ja, das sagst du jetzt so. Dann hängst du doch irgendwo wieder fest. Oh, nicht in so einer Mine, bitte nicht. Früher war das hier eine Radon Wellness-Mine. Google das mal. Heutzutage versteckt die Sekte hier irgendwelche Scheiße. Wenn ich mutiger wäre, würde ich es je nach Vorräten durchsuchen. Was ich in dieses Krusikabinett wagt, sollte zumindest Strom haben. Der funktioniert nämlich noch, sofern man da drinnen einen Schalter oder einen Generator findet. Scheiße, Mann, ey. Nee, 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 nee. Da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Da steht wieder so ein Hubschrauber. So, was aber viel interessanter ist. Ist das hier. Genau. Das, ähm, befreien wir auch mal. So, das macht mir, meiner Meinung nach, irgendwie mehr Sinn. Okay, ich hoffe, ihr schwimmt auch. Ja, 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 ich hoffe es. Auch wenn wir momentan total high sind, mal wieder. Was ist denn das denn in der Mitte? Was ist denn das doppelt hier? Hey Mann, alles gut. Danke, bitte sei gut zu dir und weiterhin grausam zur Sekte. Sie verdienen keine Freundlichkeit. Fuck, Mann. Also, die Hallos, die man hier hat, sind schon vom Allerfeinsten, ne? Was, wer? Wo, wirfst du eine Granate? Okay, die hat noch mehr Hallos als wir anscheinend. Naja, gucken wir mal, was beim nächsten Mal da rumkommt. Untertitelung des ZDF, 2020